Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 dass es durchgegangen ist, wenn es durchgegangen ist, dann würden es vielleicht mehr Menschen besmet werden. Ich kenne mich auf der 22.09. weil ich dann jeder von meiner Familie nach dem Lockdown noch einmal kann sehen und hoffentlich werden wir dann ein großes Feest machen mit jedem dabei. Ich fand die leuestste Opdracht von der Kategesen die Opdracht, dass wir ein Bibelverhaal mit Lego oder Primmendeel mussten naspelen. Für uns betekent das für mich, dass ich mich verbunden bin mit Gott. Für uns betekent das eigentlich für mich. Das ist sehr wichtig, weil es eigentlich in meinem Leben ist, weil ich, weil es sehr wichtig ist, in das christliche Gelegenheit ist. Das Kategesen-Weekend war superleuk, mit all meinen Jungs auf der Kamer haben wir viel gelachen. Und natürlich haben wir auch sehr viel gelehrt von dem christlichen Gelegenheit. Ich habe mich in meinem Leben geholfen, nach elf Jahren und mich stärker und hart gemacht für Christus. Ich habe das Vormstel-Weekend, weil ich da sehr viel bei gelehrt habe. Das Vormstel ist mein Gelegenheit in Gott. Und eigentlich ist es ein Teufel für mich der Großbritannien. Wir haben bereits sehr viele aktivitäten getan. Aber es ist wichtig, dass ich es machen von bloemen, die wir dann auf den Kerstdorf moesten zetten. Ich finde es sehr schön, weil ich eine Kommunie kann mit einem Lied zu singen und mit einer großen Gruppe machen. Ich finde es sehr schön, dass die Kommunie ausgestattet ist. Wir müssen uns auf den Kerstdorf backen. Untertitelung des ZDF, 2020